Müller, da steht die Abwehr sicher, geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Roberto Carlos. Nur Boateng. Khedira. Goretzka. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da bekommt er Unterstützung. Da trennt er ihn vom Ball. Weg ist der Ball. Goretzka. Er versucht einfach mal, kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz, obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Und Firmino. Sauber vom Ball getrennt hier. Gut geklärt, aber Einwurf. Oh je. Kurze Flanke. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Groß. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er schießt. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Kedira. Tiro. 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 Kedira. Boateng. Martial. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Oh je. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da passt er auf. Ball draußen wird Einwurf geben. Willian jetzt am Ball. Und jetzt Fernandinho. Giorginio Wijnaldum. Nur ein Kurs. Jetzt geht ihrer. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Jetzt könnte der Pass kommen. Kurs. Jetzt schießt er. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Roberto Firmino. Jetzt wird's gefährlich. Vorteil. Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Und jetzt Hummels. Goretzka. Groß. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich. Fernandinho. Und da verlieren sie den Ball. So langsam wird's gefährlich. Jetzt ist er durch. Schiff-Lenko. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Nun Firmino. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0 in Front. Toh. Wenn ich sie so weitermachen. Ich bin glaube ich. Zu近 65. Ich bin froh. Dan bin ich? Ich bin froh. alberin. Ich bin froh. Das ist missbrauchs. Wir müssen mich dabei. Bis doch wissen, dass ich hier 댓riere. Bedeut hat. alle sind bereit die zweiten 45 minuten stehen an martial der russ sie gefährlich aus firmino gute aktion moment muss aufpassen und ergibt der vorteil gute entscheidung spielfluss nicht unterbrochen sie haben platz das war der gut fahne so oben da ist etwas zu früh losgelaufen und jetzt ist das spiel jedoch unterbrochen und für das foul von vorhin gibt es gelb gut vom schiedsrichter da der zunächst ganz richtig den vorteil abgewartet er muss runter folgerichtig würde ich sagen oder wusste ja er hat einfach schlechten tag erwischt angesichts dieser leistung war klar dass der trainer irgendwann reagieren muss john mensch weinaldum goreczka da kommt der pass ball kommt zu müller müller das muss es doch sein und tor der passt ganz genau und hier zimmert er den ball an die unterkante der latte ja und wichtig wolf von da rein ins vergnügen ins tor da gehört auch glück dazu sie liegen deutlich vorn dem belay jetzt für meno super einsatz da kann er ihn stoppen da muss aufpassen ori seine pässe kommen heute richtig gut an nun für mino thomas müller bei einem können wir uns heute sicher sein dass er vorne für unruhe sorgt thomas müller der wolf der geht gerne die weiten wege ist zumindest gefühlt überall auf dem platz und auch deshalb so erfolgreich einer der besten in der offensive und trotzdem auf dem boden jetzt ganz gefährlich werden gutes täglich und jetzt fernandinho er lässt weiterlaufen klasse durch den vorteil das wird gefährlich es gibt freistoß jungen zu unkontrolliert abgeschlossen die kugel geht deutlich über das gehäuse hummelz wir müssen aufpassen da trennt er ihn fair vom ball guter pass gut aufgepasst vom torhüter den ball hat er was ist denn in den gefahren da läuft er weit raus mit dem ball thomas müller jetzt die kugel ist weg er kommt nicht vorbei fernandinho jetzt am ball und firmino jetzt müssen sie aufpassen da gewinnt er den zweikampf es gibt die einwurfs tonikos dem belay bei naldum gleich bringt er die ecke rein sagt die kurze variante rüdiger und jetzt der schuss und noch ein eckstoß kurz ausgeführt zanetti klasse ball gewinnen vielleicht waren sie jetzt was draus gibt es jetzt die tor chance den zweikampf muss er jetzt annehmen roberto firmino mit der chance standards können eine waffe sein mal sehen wie die ecke wird jetzt die ecke nur müller müller mit platz müller klasse achte jetzt und jetzt die schoß und den ball hat er ja das dürfte ihm jetzt mal gut tun denn die leistung bisher war nicht wirklich gut regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen georginio weinaldum da ist die flanke ball kam gut aber erstmal ist die gefahr bereinigt schiefchenko hat den ball jetzt ist er durch schiefchenko zieht ab ball ist erstmal raus super parade schiefchenko 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 bei roberto carlos und müller schießt weiter gefährlich groß passt auf ball abgefangen nur noch wenige minuten und nach diesem fall bekommen sie vielleicht noch mal eine gute chance schiefchenko 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 durch rose und jetzt fernandinho schiefchenko 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 schiefchenko